K. aus Stuttgart, die schreibt, hallo doll, mein Problem ist, dass mein Freund mein Problem ist, auch wenn wir zum zweiten oder dritten Mal es, es ist immer dasselbe Spiel, eins, zwei, drei, und schon mich, das überhaupt nicht, mein Freund bemüht sich zwar dran, sie wollen mich nicht nicht da unten spüren, wenn ich was gibt es für mit meinem Freund mich endlich richtig lange kann und hier die Antwort, lieber Hans, für mich bist du wirklich der größte deine Sendung finde ich und wenn ich dich sehe, muss ich immer dein Alki dich ins du alter da das wird hat ihr wir schwer das